jo servus leute jetzt willkommen zu einem neuen let's play wir spielen pokémon und die blaue edition hier und wir fangen auch gleich mal an das texte machen auf drei die animationen lassen man natürlich am kaufstil ist wechsel und weiter so ja und das ist ein ganz spezieller partner fangen eigentlich noch gar nicht so richtig an aber wir hören uns erst mal an was der herr schätze und sagt hallo herzlich willkommen in der welt der pokémon mein name ist man nicht mich den pokémon professor diese welt wird von wesen bewohnt die man pokémon nennt für manche leute sind pokémon haustiere andere tragen kämpfe mit ihnen aus ich selbst habe mein hobby zum beruf gemacht und spiele pokémon wie lautet dein name ja und wir sind natürlich der dd n ne wir nennen uns domi nennen wir uns domi so richtig dein name ist domi dies ist mein enkel von her wollt ihr einander übertrumpfen wie war noch gleich erster name und du bist natürlich der gary der gary so gary stimmt es lag mir auf der zunge domi eine unglaubliche reise in die welt der pokémon erwartet dich eine welt voller wunder abenteuer und geheimnisse kurz gesagt ein traum wird wahr ja und warum ist das let's play so besonders wir nehmen erstmal den trank von unserem pc ja im ersten part rufe ich euch dazu auf mir in meine in meine kommentarfunktion ja eure namen reinzuschreiben damit ich pokémon nach euch benennen kann wie gesagt es wird dann morgen losgehen mit dem ersten part das heißt du musst auch relativ schnell sein und die ersten pokémon die ich fange werden die ersten sechs leute seien die ihre namen in ja in die kommentar ins kommentarfeld geschrieben haben wichtig ist wir spielen hier keine randomized edition oder sonst irgendwie was das einzige was wir spielen oder was ich eingestellt habe ist dass sich entwickelnde pokémon die sich per tausch eigentlich entwickeln würden auf level 37 und reiche entwickeln aber sonst ist alles wie immer ach ich freue mich so pokémon ein teil meiner kindheit ein großer teil meiner kindheit ja leute und wie gesagt kommentiert fleißig und morgen geht es dann mit dem ersten part pokémon blaue edition los oh yeah macht's gut ciao ciao